Für die erste Übung braucht ihr wieder eure Küchenrollen. Zwei oder drei, je nachdem. Die erste Übung beginnt aus dem Liegestütz. Wir stabeln die Küchenrollen von der einen Seite auf die andere Seite. Belastungszeiten für 45 Sekunden. Für die, die 45 Sekunden zu lang sind, nur nach 20 Sekunden, 5 Sekunden auf dem Auto machen und dann noch mal 20 Sekunden lang, wie der Innere das anmacht. Als erstes gehen wir erstmal mit dem Liegestütz. Ich zeige es einmal, wo der Haft ist. Wir stabeln zwei und drei aufeinander. Und stapeln dann auf die andere Seite. Wenn ich von links nach rechts stapel, nehme ich die linke Hand. Und wenn ich von rechts nach links stapel, nehme ich die linke Hand. Ja? Sehr schön. So, drei, zwei, eins und let's go! Ich sage die 20 Sekunden an. Wer zwischendurch Pause machen will, kann fünf Sekunden Pause machen und dann geht's weiter. Wer durchmachen will, macht die 45 Sekunden durch. So, 18, 19, 20. Fünf Sekunden Pause. Und weiter geht's. Richtig, den Bauch festhalten und nicht so arg hin und her schreiten. Möglichst stabil bleiben. Fünf Sekunden noch. Für alle. Und Pause. 15 Sekunden Pause, die 2,45 Sekunden. Bereit machen wir? 3, 2, 1 und los! Bereit machen wir? 3, 2, 1 und los! So, 20 Sekunden sind rum. Für die, die uns fünf Sekunden Pause brauchen. Und los geht's! Schön stabil bleiben. Bauch anspannen. Umfüßt und Pause. Wir machen das Ganze dreimal. Mal. So, in 3, 2, 1 und los! Und 20 Sekunden sind rum. Die Pause machen wir kurz Arme ausschütteln. Und weiter geht's! 10 Sekunden noch. Dann habt ihr die erste Übung geschafft. 5, 4, 3, 2, 1 und Pause! So, die nächste Übung läuft genau gleich ab. Windräumen machen wir jetzt erstmal nicht mehr. Wir machen's wieder gleich. 20 Sekunden Belastung. Für die die Zange schon. Die anderen dürfen auch gern 45 Sekunden belasten. Wir machen ganz normal Plank unter Abstruss. 45 Sekunden lenken. 15 Sekunden Pause. 3 Durchgänge. Und in 5 Sekunden geht's los. Macht euch bereit. 3, 2, 1 und los! Wichtig ist, dass der Po tief ist. Das sieht man so besser, dass wir nicht hier hochgehen und auch nicht ins Hochkreuz. Lauf rein. Po fest. Po tief. Alles an die Linie. So. Und 20 Sekunden sind rum. Wer kurz die Arme ausschütteln will, darf die Arme ausschütteln. Die anderen bleiben oben. Und die nächsten 20 Sekunden. 1, 2, 1 und Pause! 2, 1 und Pause! So, drei, zwei, eins, und los geht's. Versucht euch auch aus den Schultern rauszudrücken, mich einzuhängen, alles anspannen, Bauch nach innen ziehen, und zwanzig sind rum, Arme auszudrücken, fünf Sekunden rauszudrücken, weiter geht's. Und noch fünf Sekunden, vier, drei, zwei, eins, und fünf Sekunden Pause, und eine letzte Runde. Fünf Sekunden, und los. Achtet jetzt noch mal auf die Spacken, falle dich ins Hohlkreis, immer wieder dran erinnern, alles aktiv fest zu machen, 20 Sekunden rum, und die nächsten zwanzig. Und noch fünf Sekunden, zwei, eins, und Pause. So, für die nächste Übung erkläre ich auch mal. Wer seine Arme jetzt noch nicht gespürt hat, wird sie jetzt gleich spüren. Wir machen das gleiche noch mal, und probieren die Säge. Heißt, so viel wie wir es in den Unterarm liegen stehen, gehen nach vorne, nach hinten. Nach vorne, nach hinten. Wichtig, nicht, dass der Vorruf geht, dich nicht ins Wohlkreis geht, und dann alles schön fest ist. So, noch 20 Sekunden Pause. Für die, die sich zutrauen, machen 55 Sekunden durch. Wir machen nur drei Durchstände. Für alle anderen, 20 Sekunden, fünf Sekunden Pause. Und, und let's go! Zwei, eins, 20 Sekunden rum. Arme abschalten. Und weiter jetzt. So, noch 50 Sekunden. Und Pause. So, fünf, vier, drei, zwei, eins. Und los geht's. Zwei, eins, 20 Sekunden. Dust erklären dich's wichtig für alle anderen Re involvieren. � Johnson in allocatulatur. Und noch 5 Sekunden. Und Pause. Eine letzte Runde, dann habt ihr die Plänkchen. Drei, zwei, eins, let's go. Und Pause. Achtet jetzt nochmal komplett auf die Umspannung, dass alles stabil ist. Und spann den Bein fest, Bauch fest. Die letzten 10 Sekunden. Und fertig. Arme ausschütteln. Auslaufen. Wer will, kann ganz kurz was trinken gehen. Und dann geht's weiter. Okay, ganz gut. Sorry. Für die nächste Runde, dürft ihr ein Tiefelverstand kommen. Handblechen unter die Schultern. Die Knie und Respekt. Die Zehen anstellen. Übung wird dann wie folgt. Erhebt die Knie leicht an. Spann den Bauch an. Also Bauch nach unten einsaugen. Und dann regelt ihr mit dem Po hoch und tief. Ja. Auch wieder hier, 20 Sekunden Belastung. 5 Sekunden Korn, wenn ihr möchtet. Ansonsten macht ihr 45 Sekunden durch. Das Ganze dreimal. Und dann sagt uns, wie hat die Lehnzeit nach? 3, 2, 1, und los. Position finden. Bauch einsaugen und dann hoch und tief. Geht jetzt auch noch mal gut auf die Arme. Wichtig ist wirklich den Bauchnabel einsaugen. Dass ihr da richtig schöne Ruckspannung habt. Und dann sind jetzt kleine Augen auf der Verlegung. Richtig schön. Beder. 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 Und 20 Sekunden sind rum. 1, 2, und weiter geht's. Wichtig, die Knie hier nie abdrehen. Wichtig, die Knie hier immer in der Aufwand und die Spannung halten. Letztlich kommen wir auch, wenn die Arme in die Pause sind, dann fliegen wir ein bisschen tiefer. Und Pause. Wir werden da auch mal in der Pause ziehen, aber nicht ein paar Knie haben, die Arme zu rechnen. Aber nicht zu lange, denn 50 Sekunden geht weiter. 2, 1, und los geht's. Hängt an den Bauchnabel, schön einsaugen. 3, 2, 1. 5, 2, 1, und Pause. 5, 4, 3, 2, 1, und Pause. 5, 4, 3, 2, 1, und Pause. 5, 4, 3, 2, 1, und Pause. 5, 4, 4, 3, 2, 1, und Pause. Und weiter geht's. Und noch 10 Sekunden. Und geschafft. Arme ausschütteln. Die haben Pause. Jetzt holt sich wieder jeder eine Küchenrolle. Ich mach die Übung einmal vor. Solange der Wirkung ist schnell ausruhen. Wir nehmen die Rolle. Wegen uns auf den Bauch. Strecken sie nach vorne. Wer kann, gibt die Beine dabei abzuspannen. Jetzt wird die Rolle seitlich geführt. Nach hinten übergeben. Und wieder nach vorne gebracht. Wir machen 20 in die eine Richtung. Und danach 20 in die andere Richtung. So, wir machen's gemeinsam. Wir zählen mit. Drei, zwei, eins. Und los. Und Nummer eins. Zwei. Drei. Wichtig ist, dass der Rücken fest ist. Bauch angespannt. Vier. Nummer fünf. Und drei mit der Position. Wenn ihr hier übergeht. Nach dem Boden ist schon wieder zusammen. Und dann kommt's. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Und dann ist ganz in die andere Richtung, ich weiß nicht in welche Richtung ihr es gemacht habt, jetzt einmal in die andere Richtung will. Und los geht's, Nummer 1, 2, 2, dann blickt immer auf die Warte, mich nach oben schaust und dröse auf die Warte. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, merkt ihr, ohne Gewicht kann es auch anstrengend sein. 13, 15, 15, 16, 17, und noch 3 Stück, 18, 19, und 20, geschafft! Gut, Küche, wir wollen wieder zur Seite. Für die nächste Übung bleiben wir wieder in der Bauchlage gelangt und auch schon am Nachsag gemacht, Y und TW haben wir den genannt. In Bauchlage Y, dann zur Seite T, dann W, dann wieder strecken an die Bauchlage, Oberkörper anheben, Beide anheben, und dann die 3 Positionen jeweils 1 bis 2 Sekunden halten. Wir beginnen wieder gemeinsam, und nochmal machen wir das Ganze, Oberkörper und Beide anheben, Y, T, W, Nr. 1, Y, Nr. 2, Y, und 2, und wieder vor, – »Siekt«? – Eure Augen sieht man nicht Seht man mich nicht? Oder was ist los? Ja, Ihr liegt so weit vorne, dass man das nicht sieht, was Ihr mit den Armen macht. Ah, cool, danke. Das geht gleich, warte! … Warte, rutsch mal weiter zurück. Das ist gut. Aber weiter in die Mitte noch. Ja. Sorry, danke. Das ist gut. Super, danke dir. Bitte, gerne. Also nochmal los. Tee zur Seite. Tee nach hinten. Immer schön auf die Warte schauen. Tee zur Seite. Eins, zwei Sekunden halten. Jetzt nochmal zehn Wiederholungen. Noch fünf. Und noch eins. Baut her. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Ich hoffe, euch geht's noch gut. Einmal Armloch. Und danach ist eine Übung vom Bauch. Oberkörper und Beine angehen. Atme nicht vergessen. Und wenn's wirklich ganz so leicht ist, nicht die Luft anhalten. Merkmann drückt sich in der B-Position. Und noch mal aktiv nach oben. Und noch mal aktiv nach oben. Sehr schön. Und noch mal aktiv. Und noch mal aktiv. und auch spinen. Auf hier heraus. echo Aus dobry Zwei. Oh, ich bin scharf. Als nächste Übung etwas für den Bauch. Ihr braucht wieder zwei Zehlamonen dafür. Ich stelle hier ungefähr einen halben Meter auseinander. Halb Meter, Meter. Irgendwo was dazwischen. Setzt euch davor und die Beine links davon ab. Die Übung ist jetzt, das Ganze wieder 45 Sekunden oder 20, je nachdem. Beine werden angeboten, ein Bein und dann wieder zurück. Und da bestimmen wir selber, wie weit ihr die Ohren auseinander habt. Wie dies durchhalten, gerne 45 Sekunden am Stück. Für alle anderen war kein Thema. 20 Sekunden, ich sagte die Pause an, 20 Sekunden. Und dann geht's wieder weiter. Und drei, zwei, eins und rutsch. Versuch, den Bauch festzulassen. Bei der Übung geht's jetzt nicht unbedingt um die Geschwindigkeit, sondern dass ihr versucht, die Beine mit dem Bauch auszusteuern. Und über die Zehlamonen. Und 20 Sekunden rum. Pause, die du mit dem Bauch anstrahlst. Genau, weiter weiter in die Neuklasse, macht das ein bisschen weiter. Und weiter jetzt. Ja. Wichtig ist, Bauch fest, Bauch nach hineinziehen und anstrahlen. Und 15 Sekunden vorbei. Darf noch drei durchgehen. Und drei, zwei, eins und rutsch. Auch hier schön atmen. Atmen nicht vergessen. Beine in keinem Abschnitt ablehnen, wenn möglich. Immer in der Luft halten. Und zwei Sekunden rum. Und weiter geht's. Fünf Sekunden noch, dann habt ihr die zweite Durchgang geschafft. Und Pause. Macht euch bereit für die letzte Runde. und los geht's. Pause. Und nochmal zwei Sekunden. und vorbei. Jetzt kann jeder nochmal schnell was drängen, ne? Und dann geht's weiter. Vielen Dank. 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 Einig ab und runter noch rein. Auch wieder ein bisschen aus dem Platzschirm rein. Warten an der Rückenbrücke. Wir gehen voll raus in die Rückenlage. Lieben die andere Seite an den Körper. Heben das Fleck, die so weiter geht ab. Die Seite noch weiter geht um. Und heben lang. Einmal an. Setz uns wieder ab. Wechseln die Seite. Zwanzig wiederholen. Zweimal zum Abschluss. Alle bereit, dann gehen wir in die Rückenlage. Heben an. Und jetzt los. Eins. Zwei. 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 Richtig dabei. Das Becken zu Michaelina schon oben halten. Nicht absagen dabei. Soll nicht die Schirke zu machen. Wenn ihr ein Ball an nehmt. Dann nicht zeitlich für Gedenken abgeben. Soll es möglich. Starten wir rein. Elf. 50. 16. 50. 18. 19. Ein Zehn. Und ein letztes Mal. Pause. Sehr schön. Und in Pause, dann das Ganze noch ein zweites Mal. Wichtig, wirklich darauf achten, dass das Becken oben bleibt und ihr wirklich stabiliert seid und nicht hin und her geht nach rechts und nach links. Das ist eigentlich das Wichtigste bei der Übung. Zwei Lüchtern, noch mal 30 Stück. Wir legen los. Position 1. Noch 15. Noch 10. Noch 5. Noch 2. Noch 1. Und ein Lüchtern extra. Und noch 10. Sehr gut. Sehr gut. Dann habt ihr es geschafft. Jetzt gibt es noch ein kurzes Pulldown. Noch mal was trinken, wer was möchte. So, ihr könnt. Wer daheim, ja ihr seid wahrscheinlich daheim, macht keine Schuhe an, wenn ihr wirklich anfangen solltet, dürftet ihr die jetzt gerne ausziehen und wählen. Und zwar fahren wir an. Wir lehnen zur Seite, nach oben, in der Mitte zur Seite und dann hier. Jeweils immer jede Position zählen und halten. Wir fahren an, nach rechts abzukommen. Jetzt gehen wir zum rechten Fuß. Jeder ist dabei in der Hand, dann in die Mitte. Zum Lenkerknut. Und zur Seite. Und noch einmal. Zur rechten Seite. Zum rechten Fuß. Zur Mitte. Richtig ist, die Beine ganz schön strecken. Wenn ihr nicht zum Boden kommt, lieber die Beine gestreckt haben, anstatt zum Boden zu gehen, die Beine anzuheben. Immer beide strecken. Zum Lenkerknut. Zum Lenkerknut. Zum Lenkerknut. Und zur Seite. Grund. Zum Lenkerknut. Ein Fuß nach vorne. Zumen Fuß runterrechnen. So weit jetzt gehen. Vielen. Zumenschmerkern. Beim Hände gut. Zum Ratschen. Zum Hände gut. Wer es kann, setzt sich jetzt ab, auf das linke Bein. Und hoch. Jetzt das Ganze zur anderen Seite. Anderes Bein nach vorne. Den Fuß ab hinten strechen, in den Feuer lehnen. Absatz zellen. Jetzt machen wir das Gerät, was wir hier haben, bei dem Flexiblei ist, den Spagat-Trainer. Stellt euch vor, ihr habt das Brett unter eurem Fuß. Schiebt aktiv das Becken nach hinten. Und nehmt ihr seitlich eure hintere Brüberschäden müssen. Wichtig ist, das Becken zurück, wenn ihr das Becken vorgeht, dann ist die Spannung. Dann Seite wechseln. Zieht die Zehen ran. Wer sie schreckt, hat auch weniger Spannung. Gut, jetzt setzen wir uns ab. So freibeinig hinsetzen wir ihr könnt. Und lehnt euch zu einer Seite rüber. Also jetzt seht ihr, wie es aussehen soll und jetzt bei mir, wie es nicht aussehen soll. Auch circa 10 Sekunden halten. Und dann zur anderen Seite. Wer es nicht kann, darf auch gerne das Bein anlenken und dann vorgehen. Jetzt machen wir noch was für unseren Po. Die beliebte Taube. Legt ein Bein vorne 90 Grad hin. Das andere streckt ihr nach hinten aus. Wer kann, setzt sich ab. Wer es nicht kann, so wie ich. Dehnt einfach in der Position, in der es dehnt. Genau, wenn nicht in 90 Grad kommt, darf das Knie natürlich auch enger anlegen. Wichtig ist, dass das Knie viel Schmerz dabei hat. Und jetzt stehen wir noch den Vorderen und Oberschenkel. Ein Bein vorne. Vorhin haben wir so den Hüttbeiner gedehnt. Wenn wir jetzt die Beine anlenken, sind wir am Vorderen und Oberschenkel. Solltet ihr alle Hüttbeiner ein Ziehen spüren hier. Wichtig, hebt euch nicht hinten am Fuß, sondern am Sprunggelenk. Wer keine Dehnung spürt, Becken vorschieben. Seite wechseln. Sehr gut. Dann geht es zu den Armen. Ja, wir machen nochmal die Übung, wie wir am Anfang heute schon gemacht haben. Wir machen noch ein bisschen was für den Wurst. Für Bedeutung. Wir gehen in den vierküsten Verstand. Handbrechen wieder unter die Schultern, Knie unter das Becken. Mal begreifen mit der linken Hand. Hinter der rechten Hand durch. Neben und ab. Beim Ausatmen schiebt ihr nochmal weiter vor. Zwei, drei Mal tief ein. Ausatmen. Spannung lösen. Dann wechseln wir mit der rechten Hand. Zwei, drei Mal tief ein. Und schiebt zur Seite. Auch hier wieder beim Ausatmen weiter. Schiebt die Arme. Und spannung lösen. Kommt wieder in den vierküsten Verstand. Einmal geschnitten. Ein kleines Paket machen. Das heißt, mit dem Kuh nach hinten. Und dann mit dem Arm so weit zu. Nach Aus stecken. Bis ihr richtig schön spannend habt. Mit dem Kopf so nahes gehen. Fingerspitzen zeigen nach vorne. Und dann kreisen wir mit eurem Oberkörper. Über die Handflächen. Belastung steuert ihr selber. Indem ihr haltet sich nicht auf die Handflächen leiten lasst. Und mal die Rotationsrichtung wechseln. Alles noch sehr human. Wahrscheinlich jetzt. Und wieder zur Mitte kommen. Wir drehen die Handflächen. Zur Seite nach außen. So dass du Daumen nach vorne zeigen. Und machen das ganze Spiel wieder. Wir kreisen. Schöne kreisende Bewegungen. Und mal die Rotationsrichtung wechseln. Und zum Mitte wieder kommen. Ein bisschen Ausschütteln. Aber kurz die Handflächen. Und jetzt drehen wir die Hände nach hinten. Das heißt, ich ziehe noch zu, die Daumenzeiten nach außen jeweils. Und jetzt bewegt ihr euch wieder in diese reine breitenden Bewegungen über die Handflächen. Da kommt jetzt die Hübschspannung auf. Und zur Mitte kommen. Spannung halten. Und jetzt mit dem ganzen Körper nach hinten bewegen. Handflächen bleiben voll und drücken. Auf der Matte. Maximale Spannung spüren. Halten. Und lösen. Auslockern. Jetzt machen wir noch die Gegenbewegung. Für euch heißt das, ihr macht eine Faust jeweils links von rechts. Legt die Fingerkirchen zueinander und den Handrücken. Legt ihr auch der Matte ab. Die Ellenbogenzeichen zur Seite. Die Fingerkirchen bleiben zusammen. Dann streckt ihr Arme durch in der Handrücken. Bleibt dabei auf der Matte. Der schafft die Arme ganz durch zu strecken. Und dann geht es wieder tiefer. Und wieder hoch. Das ist richtig gut für die Hand gewesen. Mobilität. Spannung spüren, glaube auch jeder. Wichtig wirklich, die Handknöcher zusammenhalten. Handrücken bleibt auf der Matte. Das ist richtig gut für die Handknöcher. Das ist richtig gut für die Handknöcher. Wir machen noch zwei. Und locker lassen. Sehr schön. Ausstüttet die Arme. Wir machen noch was mit dem Nachdenk. Setzt euch mal in den Fersensitz. Aufrecht hinsetzen. Schaut nach vorne. Neigenkopf zur Seite nach. Nach rechts. Bleiben mit der rechten Hand über die Lege. Und tief. Unter Legeschulter. Richtung Martina. Und bewegen. Ihr könnt euch auch in der Lege. Unter der Lege. Und einhaken. Geht so mal wieder Spannung. Und dann automatisch eine Ausatmung. Spannung lösen. Kopf bewegen. Und eine letzte Seite. Kopf nach links. Mit der Lege. Über den Kopf bleiben. Über den rechten Kopf. Tief. Die Rechenschulter tief. Tief. Ein. Ausatmung. Und Spannung lösen. Kopf drehen. Kleine Variation. Kopf neigt nach vorne. Und dann nach rechts. Mit der rechten Hand. Über den linken Kopf. Und den Kopf so nach rechts. Und von vorne ziehen. Spannung weiter hin. Den Wacken. Den Geschulter tief. den Kopf. Spannung lösen. Kopf bewegen. Schultern kreisen. Und dann haben wir das Ganze. Wir sind links, wir kommen nach vorne, links, vorne, unten, oder linken. Über dem rechten Ohr greifen, tief zum rechten Schultern. Vergesst das Atmen nicht. Und das Spannung lösen. So, das war's von uns. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir können euch kurz lautschalten, alle. Dann dürft ihr gern noch was dazu sagen. Hi, Anja. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. War sehr gut. War super. Vielen Dank. Sehr gerne. Bleibt gesund. Wir sehen uns am Samstag um 11. Wir schicken euch allen wieder einmal. Super, freundlich. Dankeschön. Danke. Ciao. 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 Ist noch jemand mit drin? Ja. Alle. Alle. Ciao. Okay. Okay. Ich hätte euch zwei gern noch. Ja. Wir rufen dich gleich mal an. Okay. Alles klar. Bis gleich. Bis dann. Ciao. 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 War gut. Ciao. Ciao. Ciao.